Musik Für den Leipziger Auwald heißt das ganz kurz. Der Leipziger Auwald stellt sich seit 1930, das sind mittlerweile etwa 90 Jahre um, auf einen Nicht-Auenwald. Und bevor wir überhaupt an eine Wiederherstellung des Auwaldes Leipzig gehen dürfen, und das ist übertragbar auf alle sinngemäßen Fälle, müssen wir den Wasserhaushalt revitalisieren, wiederbeleben. Dann kann der Wald, der alte Wald vor allem, der noch zu Zeiten aufgewachsen ist, da der Fluss vital war, wieder zu Kräften kommen. Das bedeutet, das Grundwasser hebt sich, es beginnt zu schwanken und das Oberflächenwasser kann ebenfalls schwanken und so wie hier beim Liederbach kann es dann auch zeitweilig über die Ufer treten. Wenn wir diese Standortsituation wiederhergestellt haben, dann können wir daran gehen, den Wald dort, wo er es nötig hat, auch wiederherzustellen, von der Baumartenzusammensetzung. In Leipzig versucht man es beinahe schildbürgerhaft anders. Ich bitte um Verzeihung, aber mir kommt es nicht anders vor. Man sagt, na wir haben gerade keinen intakten Wasserhaushalt, dann bauen wir doch einfach einen Wald. Wir wissen, da brauchen wir so und so viel Prozent Eiche, so und so viel Prozent Esche und Ulme. Aber die Ulmen fallen sowieso alle aus, also lassen wir die Ulmen weg. Und dann bauen wir doch einfach einen Wald, der genau diese Prozentzahlen hat, wie ein Auenwald sie andernorts in der Literatur aufweist. Aber das ist dann niemals der Leipziger Auwald. Und vor allem, wenn ich die Baumarten so hinsetze, dann regulieren sich die Baumarten auf einen Wasserhaushalt ein, der in Leipzig eben kein Auenwasserhaushalt mehr ist. Wenn Sie also jetzt einen Wald dort bauen, bauen Sie einen Wald, der unter Nicht-Auenbedingungen aufwächst. Und dieser Wald darf sinnvollerweise nicht wiederbelebt werden, denn sonst müssten sich die Bäume umstellen. Zurzeit stellen sich die Bäume auf einen viel tieferen Wasserstand ein, gar nicht auf eine Aue. Das heißt, man würde den Wald, den man jetzt baut, in den Sand gesetzt haben oder ins Wasser und müsste von Neuem anfangen. Und deswegen ist mein Plädoyer im Auwald Leipzig die alten Waldbestände. Wir haben dort Eichen, die über 300 Jahre alt sind. Eschen, die an 200 Jahre alt sind. Diese ganzen alten Waldbestände dringend zu erhalten. Kein Waldumbau, kein Kleinkahlschlag, kein Femelschlag. Man kann hin und wieder einzelne Eichen verjüngen, aber am besten aus Eichelsaat mit Einzelgatterung. Das geht, aber keine Kleinkahlschläge oder Femeln mehr. Wir brauchen auch keine sogenannten Sanitärhiebe. Das ist Etikettenschwindel. Sanitär, das legt doch nah, na die Leute tun was Gutes für die Esche. Sanitärhiebe an Esche sind einfach Unsinn, denn man kann kranke Bäume nicht dadurch heilen, dass man sie tötet. Man muss den kranken Bäumen die Möglichkeit geben zu leben und sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Mit den Pilzen, die gekommen sind, fertig zu werden. Keine Sanitärhiebe. Wofür die Förster jetzt im Augenblick gut sind? Na, um zum Beispiel Wegesicherung zu treiben. Oder auch den Menschen den Wald als Ökosystem nahe zu bringen und verständlich zu machen, warum zurzeit kaum Forstnutzung im Auwald möglich ist. Und dann setzen wir uns mit den Wasserbauern zusammen und regulieren das Wasser der Weißen Elster, der Pate, der Rietschke und der diversen Luppeläufe so, dass der Auenwald belebt wird und später können wir einen hervorragenden Auenwaldbau treiben. Das ist ein 10 bis 15 Jahresprogramm. Wenn wir jetzt die Gewässerentwicklung planen, dann können wir ungefähr in zwei bis drei Jahren spätestens beginnen, das gesamte Gewässersystem so wiederzubeleben, dass die Natur davon den besten Gewinn hat und gleichzeitig können wir hundertprozentig sicher sein, dass auch Hochwasser für die Stadt Leipzig und ihre diversen Nebenorte völlig ungefährlich sind. Leipzig ist diesbezüglich besonders glücklich dran. Dresden und andere Städte müssen vielleicht etwas vorsichtiger sein, aber auch dort kann man Hochwassergefahr problemlos beseitigen. Gewässer wiederbeleben, Wald erhalten und Wald entwickeln, achtsame Forstwirtschaft treiben. Es geht sehr, verehrte Damen und Herren. Leipzig kann die Modellstadt für einen Auenschutz werden und mit der letzten Mitteilung nehmen wir etwas ganz Besonderes mit. Leipzig eignet sich zur Modellstadt, weil es in Europa einen der größten zusammenhängenden Auenwaldgebiete hat, außer Wien zum Beispiel. Da nimmt Leipzig eine besondere Stellung ein. Das absolute Modell für die Gefließgewässerwiederherstellung in Europa. Im Augenblick sieht es nicht so gut aus, aber ich glaube, das Ding gelingt. Vielen Dank.